Ich bin immer noch top motiviert für das Bike-to-Welt. Hallo zusammen! Bis jetzt bin ich sehr glücklich mit meinem Zwischenstatus. Voila! Ich habe über 150 Kilometer gefahren. So, Klausurenphase und Urlaub sind mir dazwischen gekommen. Aber ich will die Seite auf jeden Fall voll machen. Das ist mein Karte. So, wie viele können es sehen, habe ich noch ein paar Stunden. Ich habe über 400 Kilometer gefahren, seit der Challenge begann. Ich bin aber immer noch top motiviert für das Bike-to-Work. I had a puncture. My pedal fell off. I'm still really enjoying my cycling. I hope the weather would be a bit more consistent, so I can get a few more miles in. Kilometer in. Du bleibst natürlich, um auch bedachtlich zu fischen. So schnell Bike-to-Work-Sommer. Da ich jetzt eine wunderschöne Yoga-Lektion habe geniessen, fahre ich jetzt ganz relaxed zurück ins Büro. Sieht schon besser aus und gute Fahrt euch allen! Get an! Du bleibst dich an. Bis zum nächsten Mal! Los!